Ich bin Bernd Roszkowski, 35 Jahre alt und Diplomkopfmann. Seit 18 Jahren bin ich an der Börse aktiv. Schon früh habe ich mich für Wirtschaftsnachrichten und deren Hintergründe interessiert. Irgendwann war für mich klar, dass ich dann auch mal die erste Aktie handele. Mein Schwerpunkt liegt ganz klar auf deutschen Standardwerten, also DAX und MDAX-Werte, aber auch ein paar Nebenwerte aus TechDAX und SDAX werden hineingezogen. Grundsätzlich kombiniere ich fundamentale und charttechnische Aspekte und bin spezialisiert auf Ausbruchscharts. Die haben grundsätzlich eine solide Erfolgsquote. Mein Ziel ist es, ihnen den Ausbruchshandel näher zu bringen und solide Gewinne zu erwirtschaften. Es ist für mich der spannendste Beruf der Welt. Ich kann mehr Arbeitszeit und Arbeitsort grundsätzlich frei wählen, bin immer flexibel und sehe am Ende des Tages auch noch, wie erfolgreich ich war. Risikomanagement ist grundsätzlich natürlich das A und O an der Börse. Läuft es mal nicht nach Plan, muss man die Reißleine ziehen. Ich würde mich freuen, zusammen mit Ihnen viele Ausbruchscharts zu handeln. Das A und O an der Börse. Das A und O an der Börse.